Peter Breutz, gratuliere für heute. Wer ist dein Favorit für den Vorhills-Tournament? Mein Favorit für den Vorhills-Tournament ist Jörg Kvala. Denkst du, er ist so stark, dass er da gewinnen kann? Ja, ich bin. Was für dich? Wir werden sehen. Ich werde mehr gute Jumpe machen. Vielen Dank, Peter. Alles Gute. Hat einen schönen Weihnachtsmann. Danke schön.